Ich weiß nicht, warum ich in die Schule muss. Sag noch mal, sag noch mal, was du gerade gesagt hast. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ich möchte Bauarbeiter werden. Ja. Da muss man nicht schreiben können. Ich fahre nur Fahrzeug. Ach so. Und muss man da bei den Fahrzeugen nicht schreiben? Nee. Aber du musst ja trotzdem auch rechnen können und gucken können, wie hoch die Mauer sein muss und wie tief das Loch sein muss. Muss man alles berechnen. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauschef. Ich fahre nur einen Bagger und alle anderen Fahrzeuge, sonst nichts. Ja, aber wenn du einen Führerschein machen willst, musst du ja auch lesen können. Wenn eine Führerscheinprüfung macht, du musst ja erst eine Führerscheinprüfung machen und da sind Fragen, die muss man erst mal lesen können. Und da muss man einen Bremsweg ausrechnen. Da muss man ausrechnen können, wie schwer ein LKW beladen werden kann. Und da muss ich das alles noch machen. Warum? Warum? Warum spielst du was? Ich spiel nix. Zeit her.